Timo Werner hat beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart seinen ersten Profi-Vertrag erhalten. Pünktlich zu seinem 18. Geburtstag am Donnerstag unterschrieb das Ausnahmetalent einen Vertrag bis Juni 2018. Wenn man Geburtstag hat, sein 18. ist etwas ganz Besonderes, wenn man dazu noch seinen ersten Profi-Vertrag unterzeichnen darf. Und das ist etwas ganz Spezielles, ein freudiges Ereignis für jeden jungen Fußballer. Werner spielt seit 2004 beim VfB und hatte im vergangenen August sein Bundesliga-Debüt für die Schwaben gegeben. Der offensive Mittelfeldspieler bestritt bislang 21 Bundesligaspiele und erzielte dabei vier Treffer.